Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Infected. Wir sind wieder da und wir haben in der letzten Folge diesen Lock-Card gebaut. Und mit diesem Ding werden wir jetzt mal losmarschieren, nech? Werden wir jetzt mal losmarschieren und mal gucken, dass wir ein bisschen geiles Holz bekommen. Damit wir unsere künftigen Aufgaben, die wir noch so haben, bewerkstelligen können. Wir haben noch so ein bisschen was zu bauen. Ich würde auf jeden Fall gerne noch ein paar Steine mitnehmen. Wir müssen noch mal gucken, dass wir vielleicht die verbesserte... Dass wir vielleicht auch mal die verbesserte Dings bekommen hier. Die verbesserte Blacksmith quasi. Und da gibt es noch so ein paar andere Sachen, die wir vielleicht bauen sollten. Packe ich das jetzt einfach drauf? Ah, oh, hä? Wie geil. Wie komfortabel ist das denn bitte? Richtig nice. Kann man das Ding zu voll machen? Wir können auf jeden Fall einen Baum mindestens schon mal mitnehmen. Das ist schon mal gut. Quasi einen ganzen Baum zurück nach Hause tragen. Das ist richtig nice. So. Ich weiß nicht, wie voll wir den machen können. Keine Ahnung. Wahrscheinlich werden wir ihn irgendwann nicht mehr schieben können, ne? Ah. Er ist voll. Okay, anderthalb Bäume können wir da ungefähr mitnehmen. Das ist okay. Das ist in Ordnung, glaube ich. Das ist vollkommen ausreichend. Wie gesagt, er wird wahrscheinlich auch ein bisschen Ausdauer fressen, wenn wir den jetzt schieben. Aber das ist ja schon mal immerhin ein bisschen was. Wir sollten mal gucken, was wir von unseren Tischen, die wir da haben, vielleicht noch ein bisschen... Ja, vielleicht noch ein bisschen erweitern können. Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Wir packen das mal hier hin. So. Ähm. Ich würde vielleicht noch ein bisschen hier rausgehen. So von den Foundations her. Weißt du, was ich meine? Sollten wir das vielleicht gleich machen? So. Ich glaube, das wäre nicht dumm, ne? Ich überlege gerade auch, ob es sinnvoll wäre, wenn wir noch eine dritte Säge bauen. Weil wir haben immer drei Holzscheite in der... Oh, wir müssen auch noch so einen Tech-Punkt noch verdingsen hier. Müssen wir gleich mal gucken, was da am sinnvollsten wäre. Was hat so eine... Was hat so eine... So eine Säge gekostet? Vier Holzscheite. Ja, komm. Da. Eins. Ne, warte mal. Nein. Eins, zwei, drei. Ey. Hilfe. Und noch einen. Zack. Und dann können wir nämlich immer drei Stück nehmen. So, drei. Und können die immer direkt hier drauf verteilen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Und dann haben wir nämlich Ruckizu immer gleich drei Bretter am Start. Zack, zack. Und das eine schmeiße ich mal gerade hier hin. Und dann gehen wir gleich nochmal los. Und holen weiteres Holz. Was ist denn mit dem Flugzeug da draußen los? Oh, ein Stein. Warte. Toll. So. Den brauchen wir wie gesagt auch. Wir gucken gleich mal, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Holz gesammelt haben. Ähm, dass wir vielleicht eine bessere Blacksmith bauen können. Natürlich wird das Wetter. Natürlich wird das Wetter gerade wieder richtig scheiße. Aber ist egal. Bzw. Also glaube ich nicht, dass das Wetter scheiße wird. Ich glaube, es wird einfach dunkel, kann das sein. So. Oh, wir brauchen was zu trinken. Warte. Na, viel ist da nicht mehr drin. Boah, komm, wir hauen uns doch so eine Melone hier rein. Guck mal. Also ein Kürbis und eine Melone. Und dann sieht das Ganze doch schon besser aus. Nice. So, Holzhacken. Ich würde gerne den Baum noch holen. Und den hier würde ich gleich auch noch gerne holen. Wir brauchen nämlich auch wieder ein bisschen, ein bisschen Feuerholz. Und dann ist auch unsere Axt auch gleich wieder hinüber. Oh. Huch. Oh. Zack. Warte. Ich glaube, jetzt schon voll, ne? Ja, ja, okay. Ist schon voll. Warte, dann komme ich gleich wieder. Erstmal gerade hier hin. Dann nehmen wir das schnell. Fahren das schnell zurück. Und holen den Rest noch. Dann wird es auch wahrscheinlich gleich schon wieder dunkel sein. Das ist natürlich auch ordentlich aus, wenn wir mit dem Ding so rennen. Aber ist egal jetzt. Zack, zack, zack. Und den Rest schmeiße ich mal hier hin. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Es gibt auch, glaube ich, ich glaube, man kann so ein... Man kann, glaube ich, so ein Lockding bauen, wo man hinstellen kann. Und dann kann man die da ganz sauber reinsortieren. Könnte man vielleicht auch mal gucken, ob man das Ding vielleicht baut. Dann haben wir die nicht immer hier so blöd rumliegen. Weißt du, was ich meine? Wäre vielleicht... Huch. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Drauf. Und dann können wir den kleinen Baum hier noch mitnehmen. Komm, ich glaube, das kriegt unsere Axt noch hin. Und dann dürfte sich das... ...mit der Axt tatsächlich auch erledigt haben. Aber das macht nichts. Der Baum... Nein. Nein. Scheiße. Egal. Da gehen wir die Loks gleich noch so schnell holen. Kurz hier den Wagen stehen lassen. Dann können wir die nämlich hier nochmal draufpacken. Zack. Zack. Und zack. Das geht viel angenehmer mit dem... Äh, mit dem... Äh, mit den Brettern. Das ist richtig nice. Das geht rucki zucki einfach. Eins, zwei, drei. Bam, bam. Drauf. Und fertig. Voll geil. Und schon schießen unsere... Schießt unser Bretter-Game in die Höhe. Guck mal, hier haben wir einmal vier Bretter. Die können wir mal ganz kurz hier vorne draufschmeißen. Dann dürfte das hier schon fertig sein. Okay, nee, leider nicht. Aber fast zumindest. Zwei, drei. Bam, bam. Bam. Super cool. Okay, pass auf. Dann schmeiß ich mal ganz kurz hier einen Lok hin. Wir brauchen nämlich, wie gesagt, ein bisschen Feuerholz. Dann nehmen wir uns mal zwei Loks und klauen uns die. Dann schmeiß mit... Ah, unsere Axt ist fast kaputt. Könnte sein. Okay. Okay. Versuch mal alles, soweit es geht, aufzuheben. Ich könnte sein, dass das hier gleich... Ah. Passt aber. So. Wie gesagt, wir müssen mal gucken. Guck mal hier nochmal eins hin. Wir brauchen auch noch was für unser Feuer hier hinten. Da können wir auch nochmal ein bisschen was draufhauen. Warte, warte, warte. Hier einmal Holz. Einmal Holz. Und dann können wir die Stöcker hier noch nehmen. Und dann können wir das anzünden schon. Sollten wir das schon anzünden? Ich glaube, gerade brauchen wir es noch nicht, ne? Wir haben auch noch keinen Hunger und nix. Das passt schon. Aber den müssen wir auf jeden Fall anzünden. Und den... Der ist angezündet, aber da müssen Steine rein. Was? Ach, der ist schon fertig. Aha, guck mal. Hat da etwa jemand mitgedacht? Kann ja wohl nicht wahr sein. Wie viel Uhr haben wir? 10 Uhr. Wir gehen schlafen. Bevor wir aber schlafen gehen... ...hau ich nochmal ein paar Loks hier drauf. So. Nehmen wir mal die Tür zu. Oh. Ähm. Tür zu. Und gehen schlafen. Boah. Wat'n Grindgame, alter. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, bis 6 Uhr schlafen wir, ne? Jo. Guten Morgen, guten Morgen. Okay. Wasser trinken. Melone essen. Warum sag ich zu der... Warum sag ich zum Kürbis eigentlich über Melone? Ich weiß es nicht. Ich hab doch auch keine Ahnung. Ich bin ein verwirrter... ...noch gar nicht so alter Mann. Okay. Dann lass uns mal ganz kurz gucken, wenn wir jetzt hier auf Bauen gehen. Platzierbares Werkbänke. Ein Kreissägentisch. Wär natürlich richtig geil. Das geht aber nur über die Tech. Und dafür brauchen wir auch Elektrikteile, Mechanikerteile, Kobaltbarren. Und das ist noch sehr weit weg. Der Webstuhl wäre theoretisch gesehen möglich. Ein Schleifrad brauchen wir im Moment noch nicht. Ein Mischer. Braucht Strom. Öldistillerie. Verbesserte Werkbank brauchen wir auch noch nicht. Chemietisch brauchen wir nicht. Reparaturbank brauchen wir auch nicht. Ein Schlachtertisch. Okay. Sicherlich nicht uninteressant. Kürbiskiste und Melonenkiste. Okay. Die Steinkiste wäre nicht uninteressant. Aber hatten wir nicht irgendwie auch so eine verbesserte Blacksmith? Ah, guck mal. Trockener Ziegel. 50. 10 Eisenbarren. Alles klar. Alles klar. Trockener Ziegel, Alter. Und wir müssen das über die Tech auch machen, ne? Hier Technologie, Kühlschrank. Webstuhl können wir da drüber machen. Lampen, Herd, Ölsauge, Chemietisch. Ich habe halt keine Ahnung, was davon jetzt am realistischsten oder am wichtigsten wäre, ne? Ich hätte jetzt aber gesagt, tatsächlich, diese Blacksmith wäre vielleicht mit am spannendsten oder so. Wie kriegt man denn trockene Ziegel hin? Das frage ich mich halt auch so ein bisschen, ne? Wie kriegt man trockene Ziegel hin? Ah, hier gibt es Holzscheiteständer und einen Stockständer. Das kann man hier alles machen. Okay. Aber Ziegel-Trocknungskasten. Wir brauchen ja aber erst mal was. Wir brauchen doch erst mal was, was uns überhaupt die Möglichkeit gibt. So ein Ziegel zu machen, oder? Was das Ding in Form bringt, quasi. Entsteht, wenn feuchte Ziegel in den Ziegel-Trocknungskasten gelegt werden. Informationen zur Herstellung von feuchten Ziegeln findest du in der Gegenstandspedia. Sind wir da nicht? Ja. Sind wir da nicht? Wir sind doch da. Warum? Da steht aber nichts. Da steht ja nichts. Wird im Zementmischer hergestellt. Okay. Ich glaube, kann sein, dass uns ein bisschen warm wird, ne? Wir stellen uns mal ganz kurz hier rein. Ähm, ja. Thema. Ja, die Formel-Leben-Leben-Leben-Leben-Leben-Wird an der Werkbank hergestellt. Okay. An der Werkbank hergestellt. Liegen sie den Ziegel-Trocknungskasten, damit sie trocknen können. Wenn es regnet, will die Trocknung unterbrochen. Ah, einmal Leben, einmal Sand. Okay. Wo kriege ich Sand her? Kann vom Spieler an der Werkbank hergestellt werden. Mit zweimal Stein machen wir einmal Sand. Alter. Alter Schawede. Was ist das denn? Okay, pass auf. Folgender Plan. Wir machen uns erstmal eine neue Axt. Ich glaube, das ist erstmal das Spannendste, was wir brauchen. Wir brauchen erstmal ein bisschen mehr Holz. Ein Stock, ein kleiner Stein. Okay, einen Stock haben wir hier draus. Das ist gedespawnt. Fantastisch. Cool. Coole Geschichte. Thanks for nothing. Arscheloch. Okay, die Dinger sind wahrscheinlich fertig, ne? Aber haben wir jetzt gerade nicht mehr. Wir schnappen uns jetzt die Axt. Gehen weiter Holz sammeln erstmal. Oh, wir brauchen dringend Wasser. Wir brauchen dringend Wasser. Holy shit. Warte, warte, warte. Einmal Wasser. Zack. Thank you. Komm, ballern wir uns die Gorka noch hinterher. Ein bisschen Nutrition. Das passt schon. Speichern nochmal. Und gehen erstmal weiteres Holz sammeln. Danach. Danach bauen wir uns so ein Ding, dass wir Steine sammeln können. Und gehen Steine sammeln. Da bauen wir uns am besten gleich zwei solcher Kästen. Und dann können wir ordentlich, können wir ordentlich Steine sammeln. Oh, das ist... That's some very grindy stuff here. Junge, Junge, Junge. So. Rein damit die Holz scheiten, ne? So. Pam, pam. Und das nächste große Ding gleich. Kann man eigentlich Steine auch auf diesem Holzkarren mitnehmen? I don't know. Das würde mich aber mal interessieren. Ach, ist schon wieder voll. Brech ist das. Kann man Steine auf diesem Kasten, auf diesem Ding hier mitnehmen? Ich probiere es gleich mal. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich geht das nicht. Das würde mich zumindest sehr wundern, wenn das gehen würde. Aber hatten wir da nicht gerade... Sehr gut. Auf Roche. Okay. Warum wir den Frosch jetzt gerade nicht bekommen haben, hä? Was ist mit dem? Warum konnten wir den Frosch gerade nicht töten? What the fuck? Ist der mit dem Viech los? Crazy. Aber pass mal auf, warte mal. Wenn wir jetzt... Wenn es hier gerade sowieso regnet, ne? Lass mal ganz kurz... Ist eigentlich gut, wenn es regnet. Ich weiß, hört sich jetzt irgendwie komisch an. Aber ist hier wirklich gut, wenn es... Wenn es regnet. Okay, die roten trifft man, die grünen nicht. Keine Ahnung. Kartoffel. Und... Gurke. So, dann können wir das hier nämlich ernten. Ernten. Und dann können wir hier gerade nochmal Kürbis dazu packen. Und Gurke. Und dann wird das nämlich richtig schön gewässert gerade. Das ist voll geil. Perfekt. Dann müssen wir das nämlich nicht machen. Das ist also ganz gut, wenn das jetzt gerade automatisch passiert. Okay, was wollte ich machen? Äh, ich wollte mehr Holz hier, genau. Einmal die Holzbretter voll machen. Und dann können wir uns auch gleich nochmal zwei mitnehmen. Uns ein bisschen Feuerholz nochmal draus machen. Beziehungsweise, warte mal, wir brauchen nur einen, das reicht. Oh, okay, sind voll. Alles klar. Perfekt. So, come on over. Have some fun. Dancing in the morning sun. Ach, oh, ich mach das immer falsch, man. Mann eh. Mann eh, Mann eh, Mann eh. Makes me fun eh. In the rich man's world. So. Brenne, muhahaha, brenne, muhahaha, brenne, muhahaha. Okay, wir können da einmal das Wasser rausholen, einmal das Wasser trinken. Und dann können wir nochmal ein bisschen frisches Wasser hier rausholen. Und können das Wasser dann nochmal reinschütten, ne. Super nice. Super nice. Perfekt. Super nice. Perfekt. Und dann pfeffern wir uns gleich erstmal in den Brosch rein. Wunderbar, ist fertig. Geil. Oh. Bonanza. Da ist er wieder, guck mal. Sehr gut. Oh, wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Scheiße, warte mal. Ich muss die Bretter kurz wegbringen. Warte. Und dann, warte mal, lass uns mal so ein Stockding bauen hier, komm. Das kann doch wirklich nicht sein. Feuerholzständer, Brettständer, Holzscheite, Stockständer. Nein. Bitte. So, was brauchen wir dafür? Stock, natürlich. Für einen Stockständer brauchst du einen Stock, nicht? Tobi, das macht doch schon Sinn, oder nicht? Findest du nicht, dass das komplett sinnvoll ist? Dass du für einen Stockständer... Okay. Für einen Stockständer Stöcke brauchst? Ich finde das total sinnvoll. So, warte. Fünf Stück. Einen brauchen wir noch. Zack, hin damit. Oh, da können wir hier ein paar Stöcke hinlegen. Guck mal. Ich weiß nicht, wie viele da genau reingehen. Ich habe keine Ahnung. Aber ein bisschen was wird es schon sein, denke ich mal. Und dann bauen wir uns vielleicht das gleiche nochmal als Feuerholzständer. Dann haben wir das nämlich auch immer genug am Start. Längst überfällig, wie ich finde. Lager, Feuerholzständer. Den können wir direkt daneben setzen hier. Warte, warte, warte. Zack. Muss jetzt nicht mega viel sein. So ein bisschen halt wenigstens. Und da brauchen wir natürlich auch Stöcke für. Ist ja klar. Pass auf, dann machen wir folgendermaßen. Schmeiß hin den Lachs. Ernte den Lachs. Und dann müssten das eigentlich genau sechs Stöcke sein, oder? Es fehlt genau einer. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst, dass jetzt genau... Ah, guck mal. Perfekt. So. Stock, stock, stock. So. Haben wir keinen Platz mehr? Oh, warte. So, guck mal. Dann bereiten wir uns hier mal... Tschüss, Stimme. Bereiten wir uns mal hier schön diese Feuerhölzer vor. Zack, zack. Super, nice. Wunderbar. Ein bisschen was auf Lager. Das ist doch mal schön. Dann leben wir hier nicht immer von der Hand in den Mund. Oder so. Sehr gut. Was gibt es noch in diese Richtung? Ähm, warte, warte, warte. Wir wollten, glaube ich, noch so ein Steinlager bauen, ne? Steinkiste. Was gab es noch? Kohlekiste, Feuerholzständer, Brettständer. Ein Brettständer eigentlich auch nice, ne? Passt halt hier jetzt leider nicht mehr so wirklich hin. Könnte man aber am Ende vielleicht hier irgendwo hinstellen. Wäre gar nicht mal so blöd. Dann sind die Tische hier auch mal leer. Beziehungsweise haben wir die Möglichkeit, dann immer ein bisschen mehr noch zu machen. Hier ist aber halt gerade schwierig. Aber so eine Steinkiste hätte ich trotzdem gerne. Dafür brauchen wir aber halt nochmal Nägel. Heißt wiederum, wir müssen auch dringend mal hier unser Stein-Game upen. Bedeutet, Eisenbrocken rausholen. Steine reinpacken. Spaß haben. Spitzhacke raus. Und Steine, Peter, klöppeln. Oh yeah. Haben wir Platz? Ja, wir haben Platz. Yeah. Oh Gott. Okay, wir müssen ein bisschen auf unsere Gewichtung achten. Dass wir jetzt hier nicht so mega slow sind. Eigentlich wäre es jetzt sinnvoll, wenn wir die Steinkiste schon hätten, ne? Haben wir aber nicht. Aber es wäre gut, wenn wir sie hätten. Können wir sie machen? Wir haben acht Nägel. Eigentlich müssten wir sie machen können, oder? Haben wir nicht noch die Möglichkeit hier so... Ich glaube, einen Barren können wir noch machen, oder? Ne. Wir haben keinen. Das sind keine Nägel. Das sind Schrauben. Aber wir können einen Barren machen. Warte mal. Der hier ist gleich fertig. Dann können wir das machen. Frage ist, wo stellen wir denn die Steinkiste hin? Verdammt nochmal. Warte mal. Lager, Steinkiste. Ist die groß? So groß ist die gar nicht. Guck mal, die passt hier daneben. Hä? Okay, ich hätte jetzt gedacht, die ist irgendwie größer, aber... Irgendwie nicht. Was brauchen wir noch? Acht Bretter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Perfekt. Und dann brauchen wir nochmal Nägel. Ähm, Eisenbrocken raus. Eisenbrocken rein. Einmal einschmelzen. Nägel machen. Perfekt. Sich über... eine richtig geile Steinkiste freuen. Ich bin gespannt, wie viele Steine da reinpassen. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich sind es nicht viele. Aber wahrscheinlich auch schon mal besser, als wir es jetzt im Moment haben. Schön. Ich speichere mal zwischendrin. Ähm, in der Zeit könnten wir noch ein paar Steine holen gehen. Aber auf der anderen Seite will ich das, glaube ich, nicht. Weil ich gerade nicht weiß, wohin damit. Wir warten mal gerade. Wir müssen halt noch ein bisschen aufpassen, die Sachen despawnen tatsächlich. Das haben wir ja mittlerweile auch schmerzlich lernen müssen, dass Sachen despawnen. Finde ich ein bisschen uncool, aber ist halt leider Gottes so. Machst du nix. Wir könnten auch noch mal eine Ladung Holz holen gehen, theoretisch gesehen. Haben wir jetzt eigentlich auch was für Holzscheite? Ne, wir haben Steine, Feuerholz und Stöcke. Aber wir haben nichts für Holzscheite. Da gab es doch auch was. Holzscheitständer. whiauuu. Ja. Hm. adora dass ich mich frage, warum steht das Ding hier so hoch? ach fuck ich drücke über den falschen Knopf verdammt nochmal ja ok, ich glaub richtig gerade kann man das hier nicht hinstellen... Ich weiß nicht, ob wir hier drüben in diese Richtung auch nochmal... Shit. Auch nochmal ausbauen. Ich weiß es nicht. Okay, dann gib mal Stöcke. Wie hol ich denn die da raus? Ah, mit rechter Maus, das da auch wieder. Okay, wir haben zu wenige Stöcke. Alter, dieses Vieh, ne? Jiet. Vollkommen am eskalieren, der Bruder. Okay, warte. Stein rein. Nee, Stein drin lassen. Eisenbarren. Stein rein. Und hier auch nochmal genau das gleiche. Eisenbrocken raus. Eisen einkochen und einen Stein drauf. Perfekt. Im Grunde genommen könnten wir uns auch vier von den Dingern hier hinstellen. Dann hätten wir auch immer... Eigentlich wären fünf ideal. Fünf Stück. Du ballerst fünf Steine rein und kriegst dann einen kompletten... Eigentlich im Grunde genommen einen metallbaren komplett raus, ne? Eigentlich wären fünf Stück von den Dingern ideal. Die würde ich aber ungern da hinten alle aufbauen. Das heißt, wir müssten die eigentlich im Grunde genommen hier draußen irgendwo am besten hinstellen. Damit wir halt nicht ständig... Damit wir halt nicht ständig... Das ist halt sehr eng hier. Weißt du, was ich meine? Nein. Sag, wir haben... Aber ich kann ja Feuer holen. Wir haben doch jetzt Feuerholz hier. Yes. Nein. Daneben. So, wir gehen Steine holen. Come on. Stöcke können wir ruhig auch mitnehmen. Oh, hier wächst eine Melone. Cool. Die Sachen sind despawned. Ich komme hierher und die Sachen despawnen. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Das ist, glaube ich, kein Stein hier, ne? Ich glaube, das ist Lehm. Ich glaube, das ist kein Stein. Ich glaube, das ist Lehm. Lass mal hier vorne gucken. Ich glaube, das ist auch Lehm. Ich glaube, das hier ist Stein. Das müsste Stein sein. But I'm not entirely sure. Yo. Perfekt. Wie gesagt, ein bisschen aufs Gewicht achten. Dass wir nicht überladen sind. Sonst laufen wir so langsam. Sehr gut. Und aber rein in die Steinkiste. Mal gucken. Ja, doch. Da gehen schon ein paar rein. Da gehen schon ein paar rein. Mach dir zwei von den Dingen ein. Mach sie voll bis oben hin. Und dann läuft das. Wo waren denn jetzt die Steine? Ah, hier. Oder? Hä? Das waren aber nicht alle Steine. Wir haben doch noch nicht alle mitgenommen, oder? Okay. Das ist wild. Wir futtern mal gerade ein paar Kürbisse. Dann können wir nämlich die hier mitnehmen. Das ist jetzt crazy gewesen, ehrlich gesagt. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass wir die schon komplett aufgesammelt haben. Aber okay. Okay, okay, okay. Hier haben wir noch ein paar. Let's take them. Nein, wir sind überladen. Warte. Den lassen wir fallen. Ich weiß, ich sollte eigentlich nicht rennen, wenn wir so überladen sind. Aber ich mach's trotzdem. Ich weiß nämlich nicht, wie schnell die Sachen despawnen. Irgendwie hab ich das Gefühl, manchmal sind die sehr schnell weg. Was eigentlich gar nicht sein kann, aber... So. Oh, ein Frosch. Okay. Ich glaube, das passt. Pfeffern wir uns nochmal einen Kürbis rein. Und ansonsten können wir... Ja, wir können jetzt doch hier so Stöcker und sowas sammeln. Will ich aber eigentlich gar nicht. Das müsste auch ein Stein sein, glaube ich. Kein Lehm. Lehm wäre auch nicht uninteressant. Aber wir haben hier noch jede Menge Steine. Also das ist erstmal nicht das Problem. Das sollte so, glaube ich, erstmal ganz gut passen. Super. Super geil. Boah, hat der Frosch den Stein ausgeschissen? Ich glaube, da würde sogar noch was reingehen. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, aber ein bisschen was wird hier noch reingehen. Aber immerhin haben wir das jetzt schon mal. So, Stöcke. Wir müssen noch Stöcke sammeln. Das machen wir diese Folge aber auf jeden Fall noch. Ich würde gerne hier dieses Ding fertig kriegen noch. Für die Loks. Wir brauchen noch einen Stock. Den haben wir hier noch. Guck mal hier. Wunderbar. Und dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein richtig cooles kleines Lager gebaut. Das hier müssen wir mal gucken, wie wir das dann noch ein bisschen zugänglicher machen. Das ist natürlich jetzt hier so ein bisschen versperrt. Vielleicht bauen wir hier auch nochmal ein Stück an und versetzen das hier quasi einmal nach da drüben. Dass wir innen drinnen noch ein bisschen mehr Platz haben. Was ich auf jeden Fall gerne als nächstes angehen würde. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch in der nächsten Folge nochmal ein bisschen Holz sammeln müssen. Wie geht es denn hier aus? Das ist überall Wasser leer. Wir müssen uns noch eine Flasche craften oder so. Wir müssen uns echt dringend mal noch eine Flasche craften. Oder so ein Kanister noch da drüben hinstellen. Ich glaube, das wäre auch gar nicht mal verkehrt. Weil das Problem ist, das bisschen Wasser, was du da jetzt rein machst, das ist halt... Ja, das ist halt echt ein bisschen witzlos. Mal gucken, ob wir uns eine Gießkanne machen können oder so vielleicht. Das wäre noch einfacher. So, mal schauen, was man da so machen kann. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall... Ach, wir sind schon wieder sunburned. Ähm, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, wir müssen uns hier noch ein bisschen einleben. Hier noch ein bisschen, das Haus noch ein bisschen größer bauen. Damit die Sachen hier vorne wegkommen. Damit wir das alles ein bisschen zentraler haben. Ich glaube, das wäre ganz nice. Jetzt muss ich mir erstmal die Kartoffelpaste ins Gesicht schmieren. So, damit wir wieder easy sind. Ah, und da bleiben wir hier mal kurz im Moment stehen. So. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch nächste Folge wieder einschaltet. Äh, bei einem weiteren fantastischen, spannenden Ründchen. Von Let's Play. Ja, beruhig dich mal, Bruder. Äh, von Let's Play, ähm... The Infected. Warte mal, ich hole uns gerade mal noch ein bisschen Wasser. Ah, wir kommen von hier aus nicht dran, schade. Wir brauchen auf jeden Fall auch mal... Äh, wir brauchen auf jeden Fall auch mal ein bisschen, äh... Ein bisschen Schutz. Wir brauchen mal Klamotten. Das wäre vielleicht auch mal was, was wir angehen könnten. Dass wir uns mal so einen Webstuhl oder so vielleicht dann doch mal bauen. Weil ich glaube, wenn man Klamotten anhat, die schützen einen wahrscheinlich auch so ein bisschen vor der Sonne. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ansonsten ist das Game sehr, sehr grindy. Das heißt, wir müssen hier viel uns um die Pflanzen kümmern. Und hast du nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt, ob man das vielleicht mit dem Gewächshaus oder so ein bisschen automatisieren kann. Weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Äh, machen wir dann aber, wie gesagt, nächste Folge weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ob ihr Bock habt, dann schaltet da morgen wieder ein, 17 Uhr. Wenn's weitergeht mit dem, äh, fetten Gegrinde von The Infected. Dankeschön, macht's gut. Und bis dahin. Danke.